In diesem zweiten Teil des Videos über Valenzelektronen wollen wir uns nun die Elemente der Nebengruppen anschauen. Die Nebengruppen befinden sich hier zwischen der zweiten Hauptgruppe und der dritten Hauptgruppe, hier eingefügt. Und die Nebengruppen sind auch wieder durchnummeriert. Wir beginnen mit der nächsten Zahl 3, aufsteigen bis 10. Und die noch übrigen Zahlen 1 und 2 für die Nebengruppen haben wir jetzt hier hinten dran gehängt. Der Sinn davon werden wir gleich sehen. In den Nebengruppen befinden sich so wichtige Elemente wie Eisen, Kobalt, Nickel oder auch die edleren Metalle Kupfer, Silber und Gold. Um nun die Besonderheiten der Valenzelektronen in den Nebengruppen zu verstehen, müssen wir uns den Aufbau der Elektronenschalen nochmal genauer anschauen. Wir haben ja schon im ersten Teil gesehen, dass die Elektronen den Kern in kreisförmigen Schalen umkreisen. Aber jede Schale ist nochmal feiner und erteilt in sogenannte Orbitale. Und zwar hat jede Schale genauso viele Orbitale, wie ihre Nummer angibt und diese Orbitale sind durch bezeichnet mit S, P, D, F und so weiter. Und es ist nun so, dass jedes S-Orbital maximal zwei Elektronen aufnehmen kann. Jedes P-Orbital maximal sechs Elektronen, D hat zehn Plätze, F hat 14 Plätze. Und jetzt verstehen wir auch, warum zum Beispiel auf der zweiten Schale insgesamt acht Elektronen Platz nehmen können. Das ist nämlich genau S und P zusammengenommen. Auf der dritten Schale sehen wir auch, wenn S und P Schale gefüllt sind, haben da genau acht Elektronen Platz, wie bei den Edelgasen. Hier wäre die Oktettregel erfüllt, wenn S und P gefüllt sind, aber die D, das D-Orbital noch leer ist. Nun ist dieses Bild von den Orbitalen, wo man die Schalen so schön abgetrennt voneinander erkennen kann, allerdings nur eine vereinfachte Darstellung. Tatsächlich ist es nämlich so, dass diese Schalen sich etwas überlappen, und zwar das D-Orbital, das geht sogar bis über das S-Orbital der vierten Schale hinaus. Und da ein größerer Abstand vom Kern auch einer größeren potenziellen Energie entspricht, die das Elektronen besitzen muss, ist klar, dass wir nach einer vollgefüllten P-Schale erstmal das Edelgas Argon haben mit acht Elektronen. Aber als nächstes, wenn noch Elektronen hinzukommen, erstmal das S-Orbital der vierten Schale besetzt wird, bevor dann endgültig das D-Orbital der dritten Schale angefangen wird. Und dies tritt genau bei den Nebengruppenelementen ein. Schauen wir uns nochmal das Calcium an, ein Hauptgruppenelement in der Gruppe 2. Das heißt, wir haben hier die 4s-Schale, also das S-Orbital der vierten Schale. Das ist hier gerade mit zwei Valenzelektronen besetzt. Die inneren Schalen sind gefüllt bis eben auf das D-Orbital der dritten Schale. Das wird erst angefangen, wenn wir hier in die Nebengruppen eintreten. Wir sehen hier beim Scandium kommt jetzt ein weiteres Elektron dazu. Die 4s-Schale ist gefüllt mit zwei Elektronen. Das nächste Elektron muss also auf der 3d-Schale Platz nehmen. Da sich nun beide Orbitale ungefähr gleich weit außen befinden, können alle drei Elektronen hier nach außen wirken. Das heißt, wir haben insgesamt drei Valenzelektronen. Gehen wir weiter zum Titan, kommt ein weiteres Elektron dazu. Das muss ebenfalls auf dem 3d-Orbital Platz nehmen. Wir haben dann insgesamt vier Valenzelektronen. Und so geht es natürlich in der Reihe weiter. Mit jedem Element wird das 3d-Orbital weiter aufgefüllt. Und wir sehen, dass die Anzahl der Valenzelektronen immer mit der Nummer der Nebengruppe übereinstimmt. Das geht so weiter bis zum Zink. Hier haben wir jetzt im 3d-Orbital insgesamt zehn Elektronen. Sehen wir hier fünf und da unten fünf. Während auf dem 4s-Orbital genau zwei Elektronen hier im S-Orbital sitzen. Nun ist es so, dass auf dem 3d-Orbital ja maximal zehn Elektronen Platz finden. Und damit ist die 3er-Schale vollgefüllt. Und wir haben ja gesagt, dass vollgefüllte Schalen im Inneren nicht zu den Valenzelektronen beitragen. Also die dritte Schale ist hiermit abgeschlossen. Und eigentlich dürfen wir ja jetzt nur die vierte Schale zählen, sodass wir hier nur zwei Valenzelektronen haben. Und das macht auch diese komische Nummerierung der Nebengruppe hier verständlich. Die gibt nämlich jetzt tatsächlich die Anzahl der Valenzelektronen für Zink an. Etwas zwiespällig jedoch ist die Situation beim Kupfer. Dieses elfte Elektron kann nämlich entweder als zweites Elektron auf der 4s-Schale sich befinden und dieses 4s-Orbital füllen. Es kann aber auch mit sehr wenig Energieaufwand in das 3d-Orbital wandern und somit das 3d-Orbital auf zehn Elektronen bringen und damit eine vollgefüllte Schale erreichen. Beide Konfigurationen sind energetisch fast gleich. Und wir sehen, dass hier die Definition eines Valenzelektrons etwas uneindeutig wird. Je nach Zählweise kann man hier jetzt von einem oder von elf Valenzelektronen sprechen. Tatsächlich findet man auch in der Literatur durchaus unterschiedliche Angaben über die Zählweise bei Kupfer. Das hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf die chemische Reaktionsfähigkeit von Kupfer. Nämlich, wenn sich das elfte Elektron hier im 3d-Orbital befindet, haben wir ja nur ein S-Elektron. Und bei bestimmten Reaktionen, wo nur die S-Elektronen teilnehmen, bestimmt sich dann die Wertigkeit. So haben wir in diesem Beispiel hier ein einwertiges S-Kupfer, sodass sich bei der Reaktion mit Sauerstoff ein Kupfer 1-Oxid bildet. Wir brauchen also zwei Kupferatome, die mit einem zweiwertigen Sauerstoffatom reagieren können. Befindet sich das Elektron aber hier im 4s-Orbital, so haben wir zwei 4s-Elektronen. Und unser Kupfer ist zweiwertig, es bildet sich Kupfer 2-Oxid CuO. Der Energieunterschied zwischen den beiden Niveaus hier ist sehr gering. Der Energieunterschied beträgt nur 2,5 Elektronenvolt. Und das ist gerade die Energie von einem Lichtquant bei der Wellenlänge 510 Nanometer. Das entspricht also blau-grünem Licht. Und das bedeutet, wenn man diesem Elektron hier mit blau-grünem Lichtenergie zuführt, kann es auf das andere Niveau springen. Wenn wir das Kupfer mit weißem Licht bestrahlen, das kann man sich ja vorstellen als Zusammensetzung von rotem, grünem und blauem Licht, kann man erreichen, dass sich dieses Elektron nun auf das äußere Orbital bewegt. Dabei wird die Energie des grünen und des blauen Lichts absorbiert und reflektiert wird nur das rote Licht. Und das erklärt, warum Kupfer Metall auf der Oberfläche rötlich glänzt. Wir sehen also hier sehr schön, wie die Besetzung der Orbitale die physikalischen und die chemischen Eigenschaften der jeweiligen Elemente beeinflussen. Okay, von diesen Schwierigkeiten bei Kupfermal und den anderen Elementen dieser ersten Nebengruppe mal abgesehen, können wir also folgende Regel für die Nebengruppen festhalten. Die Anzahl der Valenzelektronen ist gleich der Nummer der Nebengruppe. So einfach ist das. So, jetzt kommt es noch eine Stufe komplizierter. Es gibt nämlich noch die Lantanoide und die Actinoide. Was ist das? Das sind Elemente, die man im Periodensystem hier hinter das Lantan oder so hinter das Actinium eingeschoben sich vorstellen kann. Das hat man hier unten dran gehängt, damit die Tabelle nicht zu breit wird. Und hierfür gibt es auch nochmal Besonderheiten bezüglich der Valenzelektronen. Wir starten mal mit dem Element Lantan. Das ist noch der Vorgänger von den Lantanoiden. Das erste Element aus dieser Nebengruppe hier befindet sich in der sechsten Schale. Wir haben also hier die sechste Schale. Zwei Elektronen sind von hier auf der sechsten Schale besetzt. Und da Lantan das erste Nebengruppenelement ist, haben wir also noch ein drittes Valenzelektron, das hier auf der 5D-Orbital sitzt. Die fünfte Schale und die sechste Schale ist also bereits angefangen. Aber warum ist denn auf der vierten Schale immer noch das F-Orbital leer? Nun, räumlich betrachtet befindet sich das 4F-Orbital zwar weit im Inneren, aber energetisch betrachtet haben die Elektronen oder benötigen die Elektronen auf dem 4F-Orbital eine relativ große Energie. Das liegt daran, weil die F-Orbitale einen großen Drehimpuls besitzen. Das heißt, hier kommt zusätzlich zur potenziellen Energie, die ja durch den Abstand vom Kern dargestellt ist, noch die Rotationsenergie nötig ist, die hier nicht abgebildet ist. Und da ja immer die energetisch günstigen Orbitale zuerst besetzt werden, kommt das 4F-Orbital erst nach diesen drei Valenzelektronen an die Reihe. Hier also beim CER, beim ersten Lantanoid, kommt nun dieses Elektron zusätzlich hinzu auf dem 4F-Orbital. Das ist aber so weit von außen entfernt, dass es nach außen hin keine Wirkung hat. Wir haben also nach wie vor drei Valenzelektronen. Und in chemischen Reaktionen ist das CER 3-wertig. Ebenso beim Brasiodym. Hier haben wir ein weiteres Elektron auf der 4F-Orbital, aber es bleibt nach wie vor bei drei Valenzelektronen. Und so bleibt es hier die ganze Lantanoiden-Reihe bei drei Valenzelektronen. Zumindest meistens. Denn auch hier gibt es den Effekt, dass ich dieses Elektron genauso gut auch auf diesem Orbital aufhalten kann, weil die energetisch sehr ähnlich sind. Und dann haben wir eben nur zwei Valenzelektronen zur Verfügung. Ja, und für die Aktinoide gilt natürlich im Prinzip genau das Gleiche, nur alles dann auf der siebten Schale. So, fassen wir zusammen. Also bei den Hauptgruppen wird das äußerste S- und das äußerste P-Orbital zu den Valenzelektronen gezählt. Damit ist die Anzahl der Valenzelektronen immer gleich der Nummer der Hauptgruppe, Ausnahme Helium mit zwei Valenzelektronen. Bei den Nebengruppenelementen wird das äußerste S- und das äußerste D-Orbital gezählt. Hier ist die Anzahl der Valenzelektronen gleich der Nummer der Nebengruppe. Und bei den Lantanoiden und Antinoiden wird das S- und D-Orbital gezählt. Die S-Elektronen haben nach außen kaum eine Wirkung. Deswegen bleibt es hier konstant meist bei drei Valenzelektronen. Das ist die Anzahl der Valenzelektronen.